Dann legen wir los. Singen oder tanzen? Singen. Live-Auftritt oder TV-Show? Oh, das ist gemein. Live-Auftritt. Frühaufsteherin oder Nachteule? Frühaufsteherin, leider. Gezwungenermaßen. Welches Lied bringt dich immer zum Tanzen, egal wo du bist? I will survive. Was ist dein geheimes Talent, von dem niemand weiß? Mehr kann ich nicht. Wenn du einen Tag lang ein Mann sein könntest, was würdest du als erstes tun? Pinkeln. Im Stehen. Welches Emoji benutzt du am häufigsten und warum? Das. Weil ich mich auch meistens so fühle. Nicht schon wieder. Und was ist das Lustigste, das dir je auf der Bühne passiert ist? Das war, als Lukas Pärmann das Kostüm von Michael Niavarani angezogen hat und beim Duett der Balkon von Romeo und Julia zu mir auf die Bühne gekommen ist. Und ich konnte nicht mehr singen, weil ich so lachen musste. Das war das hässlichste Sakko, das es auf dieser Welt gibt. Und es war viel zu groß und Lukas Pärmann hatte es an. Es war sehr lustig. Er hat mit meinem Mann gewettet um fünf Euro und er hat es wirklich gemacht. Danke dir. Sehr gerne.